In der Grazer Straße in der Kaffee-Konditor-Rei Mandl werden jedes Jahr feinste Allerheiligen Stritzel zubereitet. Der Allerheiligen Stritzel besteht bei uns wirklich noch aus Naturprodukten. Es ist mit Butter, wirklich Butter, Milch, Ei, Zucker, alles was jetzt aus unserer näheren Umgebung. Nachdem der Teig fertig vorbereitet wurde, ist es nun sehr wichtig, den Stritzel gleichmäßig zu flechten. Dann wird er mit Ei bestrichen und mit Hagelzucker oder Mandeln bestreut. Sobald der Stritzel schön goldbraun ist, wird er aus dem Ofen genommen und ist nun servierfertig. Stritzeln kann man in der Kaffee-Konditor-Rei Mandl in den verschiedensten Größen erwerben. Die gängigsten Varianten sind aber halbe Kilo und viertel Kilo Stritzel. Also versuchen Sie unbedingt den Allerheiligen Stritzel in der Kaffee-Konditor-Rei Mandl in Hook.